hallo leute mein name ist sozialer inzog und heute werden wir uns so langsam dem war of that italian ja es ist langsam befreit ich gehe los zu von of et und dem war of that italian kommt dann danach also ich vergesse schon wieder obs und jetzt kommt mario von et und nicht richtig liegt heute samstag wenn ich das hochladen und heute wird auch die neue folge kommen also reagiert heute darauf auf damit ich vorbereitet bin mario versiki ich persönlich mag nicht so horrorfilme aber letzte wort wo er ich hoffe keine body toll dort Hey, we got these amazingly detailed action final figures of Tari and Belle. Oh man, I can't wait to get my hands on these. Oh, and we got these plush toys of Tari and Neo that are so cute and adorable. I just want to be tentiful. We also have released the official Meta Runner Season 1 apparel line. Stylish, elegant, and fun for the whole family. We got an awesome shirt design for everyone. My favorite is the MD5 design. What's on the 5 anyone? All the money made will go into helping making Season 2 a Meta Runner. Be sure to get them now over at Meta Runner. These items are all true. Whoa. Okay. Hey, Stinky. Hey, don't you want me to go? Hey, don't you want me to go? Hey, don't you want me to go? I'm the big man. Oh, yeah. Come back here. What's the matter for you? Oh, oh. Would you tell what you mean? Bestätigt? Oh, oh. Da ist der echte. Come on over here, son. Oh, Mario kapiert mein Nix wieder. Oh, oh. Want to see that again? F***er. Mario. Waaah. Nooo. Luigi. Ema. Tutu. 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 Oh. Oh, brother. Eko. Tutu. 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 Hmm. I got it. Tutu. 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 I'm a bit busy right now. Oh. Very scary. Sir. What's that? Oh, nooooo. Er hat ihn kürzisch eingefügt und das war ein Fehler. Aaaaahhhh. Er hat ihn kürzig eingefügt und das war ein Fehler. Aber das ist ein Bord. Aber das ist ein Bord. Der Name ist es. Nicht gut. Das ist nicht so schrecklich. Nein! Aber das ist ein Bord. Warum die beiden? Seiko und Manky wären schlauer gewesen. Boah, jetzt ab Wasser. Poop water. Bestes Wort ever. Oh, man, I don't like the looks of this. Watch out, Clowns. Wait, what? Ah, I didn't say Clowns. Das muss eklig sein. Oh, yeah, I probably forgot to mention that. Luigi's probably dead. Oh, Mama Mia. Sheeeeee. Uh-oh. I can smell you. Please don't help me, I'll give you my allowance. Ah! Ah! Ouch. Harder daddy. What? What? Penis! Your sons are a bitch! Hahahaha! What? What do you want to do with the pot? What? You're too slow. Yeah. Oh, what? Toad ist doch kein Gegner. Ne Bob-Biene! Der nächste Toad ist drauf gegangen. Das ist eine eigene Schwachstelle. Ich hab den Hut mal wieder drauf gesetzt. Und schießt Menschen? Warte, Leute! Ich bin jetzt direkt in eine Trap! Ja, wir haben nicht was zu erwarten. Ich bin ein Klaun auf der anderen Seite. Feuer! No. Yippie! So kann ich auch was finden. Hm, der war ja schon tot. Also keine Person, Jan. Was wir tun, wir stehen zusammen. Und nicht mehr, alles ist nur ein Nachtmärchen. Oh, für Gott's sake. Das. Halloa, ich bin ich! Mario! Woек? Das. Fiit! Xubysikt غ dinero prats! Suggest tang Smile! Ja genau, du hörst mir doch das Ja genau, du hörst mir doch das ja gleich mit angekogelt es ist ja ja hier schon lange her das ist nicht länder aufgeflogen länder ist aber sehr lange nicht mehr aufgetreten also war es eine coole anspielung Oh Let's die beiden Auuuutsch Hält das auf Das auf Aua Schau den blauen Hm? Autsch 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 Too bad that didn't kill me Mamma mia Hm? Mamma mia passion That's Luigi Uh oh No! Mamma mia Hahaha 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 Luigi? You put the hole You put the hole You put the hole Now I'm gonna kill you Crapola They can make me some Incoming Ehm Der ist aus Schleim Oh Hahaha Hahaha Aufhinde es nicht ins Feuer Ja hee heeh Shea hee Now back to the meatball Huh Hooo Oh noo Naja Tot is schon raus Der wurde schon K.O. gegangen Very Good Oh boy lots of fun. Hey stinky. Oh boy look at that thing is. Yep. Das hält keiner aus. Get your bad ass back here. Der hatte den Schreck weg. Say hello to my little friend. I ain't gonna suck them shit easy. Guys, I think we did it. Mamma mia. We just didn't know my. Oh ho ho ho. Oh ho ho. Mamma mia. I save the world. Yep. Gute Frage. Peace. Okay, das war mal eine interessante Sache und ich freue mich jetzt auf WorldFacts Talians. Damit bedanke ich mich für's Zusehen. Bleibt sozial und bye. Bye.